In Westaustralien ist ein gewaltiger Buschbrand außer Kontrolle geraten. In der für Weinbau und Surfen bekannten Region von Margaret River, südlich von Perth, sind in den vergangenen drei Tagen 6000 Hektar Land verwüstet worden, so Medien unter Berufung auf die örtlichen Notdienste. Wie durch ein Wunder sei bisher niemand getötet worden, sagte ein Behördensprecher.